So, es ist 11 Uhr morgens hier und hier mein Mann Patrick Müller hier, One Night in Habitza, Mike Candice, der neue Superstar aus der Schweiz, ist mich besuchen gekommen hier, hat jetzt gleich ein Video-Shooting hier oder Video-Dreh für einen neuen Song mit K1 halt und braucht noch ein paar heiße Klamotten, ist vorbeigekommen, ich schwitze hier, weil ich gerade vom Zug hergerannt bin, ja, er hat die Tüte voll, macht ein geiles Shooting und jetzt lasse ich ihn mal schwätzen hier, ne? So sieht es aus, hallo hier, mein Name ist Patrick Müller, das ist mein Kumpel Max Urban, kennt ihr sicher, das Ding ist so, wir sind hier bei I Love Fashion, I know, we love fashion, so, so sieht es nämlich aus, we love it, er hat uns richtig gut ausgestattet mit ein paar geilen Schuhen, super T-Shirts, Hosen, alles drum und dran für das Videoclip mit K1, wir sind unterwegs nach Augsburg, Augsburg ist willkommen, Alter, willkommen City, wir machen fettes, fettes Video da, K1, Patrick Müller, Dancing in London, Pace. So sieht es aus, also, kommt in die Corona-Straße, 66, sexy Boys, die Zürich wird, äh, Zürich wird gerockt mit uns und gepoppt, kein Thema halt, ne? Ich geh auch wieder in den USA, bringe euch neue Sachen mit, die Jungs wollen auch neue Sachen, jetzt reicht's aber, weil Augsburg ruft, ne? Die Augsburg-Pumpkiste, ne? Auf jeden Fall, kommt ihr alle nach Zürich, I Love Fashion Store, der beste Store, to my man Chris, hier, kommt vorbei. Thank you very much, Harley Krishna, okay, mach ich, also bye-bye, bye-bye.